Hallo Leute, dies ist ein kleines Infovideo. Und zwar geht es darum, dass Minecraft mit der Minecraft-Entwickler, und zwar Markus Persson alias Notch, zurücktreten wird. Also er wird nicht richtig zurücktreten, er wird halt nur nicht mehr der Hauptführer sein. Und zwar wird ihn dann Bergensten alias Jep vertreten. Und die Gründe sind, dass er halt Ruhe will und sowieso schon an einem neuen Projekt arbeitet. Und Jep hat sowieso schon seit ca. einem Jahr für viele Updates gesorgt und fast für die meisten. Und er hat den Mod API vor. Ich weiß nicht was das ist, aber das werden wir ja wahrscheinlich bald erfahren. Und dann sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.